ja das ist ja einen schönen abend gehabt ja nicht ich bin früh schlafen ja wenigstens einer freut mich für dich danke dann bist du ja richtig ausgeschlafen heute oder nein das verstehe ich aber nicht ja ich auch nicht ja vielleicht noch einmal früher in die wette gehen ja mal gucken immer mal schauen ich weiß nicht ich hatte irgendwie das gefühl gestern hat seine komische mann mit mir geflirtet ja ich habe den namen schon wieder vergessen ich war er hat er war ganz komisch angezogen ich weiß nicht ob der krank ist oder das wird ja bitte ja komm lass mal kurz den shop anfang ja abfahrt komm ich bin gleich wieder da 797 haben sie auto ja abfahrt abfahrt ja wenn ich jetzt geblitzt werde ne ja ich war gerade mit dem Fahrrad geblitzt für schlimmer echt jetzt? ja mann what the fuck 600$ weg die Leute haben mal soviel diskutieren müssen alter ich hab auch lange keinmal mehr also wenn du die handbremse jedes mal ziehst dann ja obst du mich? hm? obst du mich? nein problem ist wenn es mir nicht gut geht geht die handbremse auch automatisch nicht gut weißt du? ja klar du ziehst dich dann immer mit ne? ja das ist so ein reflex von dir ja ja oh bruder was los? also ich hab mal meinen stick vorne reingesteckt in die kamera ne? echt? ja ja super ja das freut mich ja 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 hast du eigentlich unsere neue Serena auch schon? ooooh was? hast du unsere neue Serena auch schon? ich hab Angst ich hab Angst ich steil dich einfach ran dass ich überhaupt so fahren kann ein wunder alter das ich überhaupt war gar so wunder ja ne? ich sag doch bester fahrer in ganz los santos ja ja wira du wirst du nicht mehr go woll Aua w Helfer helfer haua Hilfe Na Was los, Bruder? Was los, Bruder? Was los, Bruder? Was los, Bruder? Auto, Auto fliegen, Auto kaputt, Auto schlafen. Aua, ich muss mich nicht setzen, warte weg hier. Was machst du? Krüger hat einen Unfall gebaut. Ja, ich telefoniere selber. Krüger hat einen Unfall gebaut. Hilfe. Er hat einen Unfall gebaut. Krüger. Bist du unterwegs oder wie? Ja, wir wollten was anfahren. Oh Krüger, Hilfe, ich hab Angst. Ich melde mich gleich bei dir, okay? Bis gleich. Hilfe, ich hab Angst. Ruf mal weg, dass du bist. Bruder, Alter. Ach ja. Warte mal kurz, ich mach mal. Alter, Bruder, das war...